Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Show der Online-Welt von mir und ein paar Freunden. Jetzt zeige ich euch mal erstmal mein Haus. Das ist das hier. Klein, aber fein. Ja. Drinnen habe ich sowas gebaut. Hier sind Dinge halt zum Schlagen. Dukebox. Hier Licht. Hier ist dunkel. Hier hell. Und hier, ob ich offline oder online bin. Da. Und hier geht es um eine kleine Mine. Boah, da hat ein Fehler. Das ist beim Server oft so. Hier, mein ganzes Lichtschalter. Ja. Das geht zu meiner Mine hier. Da habe ich verbunden mit einem Kollegen. Hier. Ja. Auf dem Server könnt ihr auch kommen, aber ihr müsst erst eine Bewerbung schreiben auf YouTube. Das verlinke ich noch unten. Das hier. Das ist meine Kiste mit 33 Diamanten. Fast alles selbst gefarmt. Ja. Und hier Steine. Das man am meisten bekommt. Unnädig. Und hier ist das Haus von meinem Nachbar. Das ist jetzt ganz offline. Hier hat sowas gebaut, dass es blinkt. Ich kann es leider nicht rein. Jetzt zeige ich noch schnell das andere Haus. Boah, Überladefehler. Von anderen Kollegen. Von zwei Stück. Verlinke ich noch alle. Haben auch YouTube Channels. Dummes Schaf. Muss ich mal so weit laufen. Was die Sucht, die sie alles hier hingebaut haben. Große Häuser vollkommen unnötig. So kleine wie das da oder das da sind viel besser. Oder hier ist das auch eigentlich unnötig. Aber egal. Hier ist vom Go-Bardes Haus. Hat auch einen YouTube Channel. Falltür öffnen, um mal zum Minel kommen. Ja, ja. Da falle ich nicht drin. Da ist der Nikla. Nikla drin. Bingamo. Das. Da ist der. So ein Pool. Hat auch ein kleines Haus. Ja. Von Anima 100. Verlinke ich auch unten. Und hier von Marcel. Wo ihr vielleicht schon von manchen Videos kennt. Da ist er. Sein Haus. Das ist voll unnötig eigentlich. Hier hat er auch so beleuchtet gemacht. Ja. Ich schreibe dann unten in die Beschreibung. Schreibe ich die IP vom Server hin. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal hinkommen. Aber vorher müsst ihr noch eine Bewerbung schreiben. Auf so einen YouTube Channel. Ja. Alles klar. Alles klar. Ich schreibe. Ja.